Als sich der Weihnachtsmann und das Rentier, wie besprochen, am 6. Dezember wieder trafen, stand der Weihnachtsmann breitgrinsend mit dem Sack über der Schulter da. Hey Rentier! Hey! Ich habe einiges über diese große Sache bei Pfizzenmaier herausgefunden. Da ist für jeder Mann und für jede Frau etwas dabei. Viel besser als mein Adventskalender. Schau mal! Boah! Bewegt dein Body! 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 wurde, da kriegt man richtig Bock drauf, sich zu bewegen. Und da darf jeder mitmachen, jeder? Also, so wie ich Pfitzenleier kenne, wird das eine ganz große Sache. Und da darf jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in der ganzen Region mitmachen. Zufall-Dark Untertitelung des ZDF, 2020